Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5 mit der Lizy. Hallo ihr Lieben. Hallo. So, diesmal schütze ich die Lizy. Stay together. Yeah. Ach nö. Da ziehen wir uns auch einer, das klingt immer so. Der ist noch nicht, jetzt ist er tot. Außer ein paar Überreste lässt er nichts da. Ah ja, hier waren ja auch noch welche. Ins Bein! Yeah! Oh, jetzt bin ich leer. Ach, wir starten genau hier, wo ich gestorben bin, ne? Ach so, hier war es nun. Ich liebe die Magnum. Die Magnum ist echt geil. Durchschlagende Kraft hat die. Oh, apropos. Komm, lass irgendwas fallen, was ich brauchen kann. Keine Blutmatsche. Auch kein Mensch. Ja, konnte ich. Mach doch mal, kann ich... Ja, kann ich. Sehr schön. Wieso ist der nicht tot? Der ist auch mal die Treppe runtergefallen, der Blutmann. Ich kämpfe gegen einen Schild... Typen. Jetzt aber weg mit dem scheiß Schild. Ich höre hier noch ganz viele. Ja, das war's, okay. Das war der letzte. Oh Gott, und ich hab immer noch fast genauso wenig wie vorher. Hier liegt Gewehrmuni, falls du die brauchst. Nee, ich hab ja kein Gewehr dabei. Ach so. Äh, warte, dann... Warte, dann geb ich dir die Pistolenmuni und nimm die Gewehrmuni. Die ist gerade despawned. Oh, okay, ich geb dir trotzdem die Pistolen nimm. Okay. Danke. Wenn du wieder ein bisschen mehr hast. Jo. Das Erd-Emblem. Alles klar. Genau, wir müssen das wieder zurück und das irgendwie mal einsetzen. Warte mal, da oben ist noch was. Ja. Da geh ich jetzt auch gerade hin. Eine Handgranate voll. Geil. Woah! Ja, nicht vergessen. Wo war das denn? Wir sind nämlich, glaub ich, instant tot. Ah! Pass auf, es kommt gerade. Ja. Gegen die Wand. Ach, dann kann man auch gucken. Äh. Oh shit. Okay, da ist... Hast du das vorher auch geschafft? Was denn? Wie hast du das gemacht? Einen Treffer hingenommen, oder was? Ja, ja. Sonst musst du an die Seite, an die Seite gehen. Hä? Jetzt ist nichts gekommen. Doch jetzt! Äh. Nee. Schon klar. Wow, 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 wow. Alles klar. Das war Nummer 1. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Geschafft. Woah. Alles klar. Okay. Die sind hier auch überall in die Scheißteile. Wir müssen irgendwie nach oben jetzt. Oh, jetzt nach oben. Oh mein Gott. Da waren wir noch gar nicht hier, ne? Oh, lass mich rein. Brauchst du Obdach? Ja. Okay, jetzt. Pass auf, ist da auch vielleicht eventuell was? Nee, ne? Nee, gut, ich nicht. Hier bräuchte ich Sprunghilfe, dann kann ich hier rüber. Ja, warte, hier ist, äh, warte mal. Komm mal ran, ich benutze mal grad ein Kraut. Stell dich mal neben mich. Ich wollte Muni aufnehmen. Ach so. Okay. Kann ich hier noch einen reinkriegen? Oh, 12 gegangen, sehr schön, okay. Da war die Schrote erstmal. Ähm, kommst du? So, du brauchst Sprunghilfe? Ja, ich brauch hier Sprunghilfe. Ja, ja, ich komm mal. Na klar. Ja, natürlich. Ich versuch' hier, ich seh' noch gar nicht. Ah. Da oben ist jetzt noch einer, da kommt er ein. Ach, Schwier, Scheißvieh. Ich bin voll. Oh, Kacke, hier ist zweimal grünes Kraut und ich bin voll. Wie ätzend ist das? Achtung, da kommt ein Dicker. Der muss man im Bauch schießen, hast du gesagt, ne? Wenn man jetzt mal... Und dann halt, wenn's geht, Nahkampf, wenn der ein bisschen schaumelt. Ja, ich versuch's. Oh, kommt der zu? Der ist jetzt auf dich fixiert. Oh, der kommt zu mir, ja. Okay, ich nehm' das Emblem. Ah, ich seh' nix mehr, geh' weg, Emblem! Wo ist der? Ist der runtergesprungen? Ja, der ist gut. Ich glaub' hier oben ist aber sonst auch nichts weiter. Kann ich noch irgendwas... Jetzt kann ich das nehmen. Okay, alles klar. Aber mehr kann ich nicht nehmen. Okay. War da unten noch irgendwas? Nee. Was hängt denn da? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das da hinten? Ach, das ist nur Schädel oder was? Wo denn? Da hinten in der Ecke? Schädel oder was denn das? Kann man das von hier aus treffen? Das ist der Typ, den ich gerade getötet habe. Ach so, ach so. Der liegt da noch. Ja. Alles klar. So, wie komm' ich jetzt? Ich muss runterspringen, alles klar. Sonst noch irgendwas, was ich sonst vergessen habe? Nein. Okay. Okay. Stimmt. Stimmt. Irgendwas übersehen. mit k?.. Mit k Spintha Draguren, Du bist da unten. Und das wird 쉬len sein. Erschlag sie dir weg. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 W HIJP! WARH. Wer war da? WESCH! nicht. Ich hab völlig orientiert verloren. Wow. Okay, die tun nichts, oder? Tun die was? Ah, okay. Ah, ich bin bei der Tür. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Hier sind Spinnen, Namisha. Das ist nicht witzig. Ich brauche nur noch das Meer-Emblem. Das hat ja eben schon. Ich bin so ärmlich mit Muni. So, wo war das denn? Kann man das hier sehen? Da sind Waden. Okay, da bin ich natürlich hin. Wir sollten gucken, dass wir wieder zusammenkommen, Schatzi. Oh, ich bin voll. Shit. Schatzi. Ja, ich schmeiß mal eben eine Dings weg. Ja. Ja, ich schmeiß jetzt wegschmeißen. Weil ich will die Schrot-Munition haben. Nein, ich will die Schrot-Munition nehmen. Okay. Natürlich reicht das nicht. Blindgranaten sind kacke. So, wo bist du denn? Du bist da oben jetzt, ne? Ich muss erst mal jetzt hier wieder wegkommen. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Bin ich dahin zurück? Fragen über Fragen. Ach, jetzt bin ich hier. Ach, hier, wo wir schon ein Emblem haben. Ja, aber wo bist du denn? Ich will jetzt zu dir zurückkommen. Ja. Nimmst du mich zurück? Was ist denn hier? Ist da auch irgendwas? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Rette mich. Wo bist du? Hilfe. Ach, du ahnst es ja nicht. Ich glaube, ich bin beim letzten Emblem. Okay. Wenn du wirst, wenn ich da hinkomme, würde ich sofort zu dir kommen. Na, da wo mein Pfeil ist. Ah, hier. Ich bin da. Au, au. Moment. War das nicht dein Ernst? Du musst als Telefon. Scheiße. Wie bitte? Nein. Beschütze mich. Er spießt mich auf. Ich kann dich nicht beschützen. Dann sterben wir wahrscheinlich jetzt gleich. Aber was soll's. Pass auf in der... dir? Okay. 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 Oh, danke. Okay. Okay, das war's. Gott sei Dank. Okay. Pistolenmonie liegt da noch einmal. So, hallo. Hallo? Ich bin wieder da. Achso, ja. Du hast doch schon mitgekämpft die ganze Zeit. Ja, ja. Ich war aber noch am Telefon. Hier ist Schrotmonie, die da hinten aufgehängt. Ich hab ein Vorstellungsgespräch. Echt? Ja, am Morgen. Am Morgen um halb vier. Echt cool. Ja. Schön. Ja. Sehr gut. Deshalb musste ich da mal rangehen. Ja, das ist... klar. Das ist viel wichtiger, logische Reise. Ja. Sehr schön. Oh, ich bin aufgeregt. Cool. Da würde ich sehr, sehr gerne arbeiten. Oh, ich drück dir die Daumen. Danke. Das dauert nur jetzt eben auch ein Blick, weil ich kann jetzt schlecht daumen drücken. Ja, ja, nee. Jetzt darf ich nicht daumen drücken, bitte. Warte mal, ich hab noch drei Schuss für die Magnum. Oh, hallo. Ja, das hat der andere auch gemacht. Das trocken die immer. Ach, ich bin aufgeregt. Das trocken die immer. Schön. Das gehört dazu. Mann. Oh, die habt ihr nicht gewählt. Schön. Das ist doch gut. Ja. Yeah. Dafür springe ich für dich auch im Roundhouse. Yeah. Nee. Der stirbt dabei nicht. Nee. Wenn die angehittet sind, dann sterben die davon. Wenn die schon ein bisschen angehittet sind. War er. Er war angehittet. Das war das Problem. Ja, aber halt nicht genug scheinbar. Okay, damit haben wir auch das Meeres-Emblem. Hahaha, ich bin aufgeregt. Ja, geil. Oh, ich drück dir alle Daumen, die ich zur Verfügung habe. Danke. Auch die großen Zehen. Mhhh, lecker. So, wir müssen, glaube ich, hier wieder zurück. Da habe ich gar nichts mehr für. Was ist da in der Ecke? Da sind noch Vasen. Komm ich da hin? So, ich setze das letzte Emblem ein. Ja, warte mal eben, warte mal. Okay, ich warte hier an der Tür auf dich. Warte mal, ich will eben noch mal hier die Vasen kaputt hauen. Ja, mach ich mal. Äh, toll. Jetzt finde ich Minen. Ganz großartig. Wollen wir sagen, wenn du Sport oder Gewehrmoni hast, dann würde ich sehr gerne mitnehmen. Ja. Äh, du kannst einsetzen, wenn du kannst. Okay. Ja, komm mal lieber zu mir. Wer weiß, was da passiert. Meinst du, gibt's keine Katzin? Achso. Katzin. Dann bin ich wahrscheinlich sowieso schon automatisch bei dir. Ja, das stimmt. Nein, es gibt keine. Achso, ich bin jetzt sowieso schon da. Alles klar. Ja. Irgendwas übersehen vielleicht? Da oben ist ein Diamant. Wo? Ach, da. Das sieht aus mit einem Diamant. Ja. Ein Trilliant Diamant. Oh, schön. Okay. Kannst du mich raten? Du brauchst wieder Hilfe. Natürlich. Ohne dich kann ich doch nicht. Ah. Aha. Lagerfeuer-Romantik. Es knistert. Es knistert vor Erotik. Entschuldigung, ich bin grad ein bisschen... Überdreht. Ja. Kann ich verstehen. Lass dich durchgehen. Lass dich durchgehen. Oh, wie schlank. Das ist toll, der super Kindergarten mit nur einer Gruppe. Oh, geil. Mit elf Kindern. Wow. Da möchte ich super gerne arbeiten. Oh. Haben dann keine Rätsel mehr. Boss-Arena? Rätsel? Oder Rätsel. Aber ich glaub eher... Oder? Boss-Rätsel. Ich weiß es nicht. Boss-Rätsel. Genau. Okay. Wir müssen... Jetzt ist die Frage, sind diese Strahlen tödlich? Bestimmt. Zumindest sehr schädlich. Äh... So, ich... Huch! Na, war ja klar. Warte, lass mich zu dir kommen, bevor du was drehst. Also. Wir müssen die Spiegel erwischen. Okay, ich kann auch... Okay. Nur der da hinten ist nicht erwischt. Ach, der muss nur gedreht werden. Nee. Ich weiß es nicht. Ich geh mal durch. In der... Okay, ich kann nicht durch. In der... Ui. Ähm... Chris! 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 Ich wollte es halt mal probieren. Entschuldigung. Es ehrt dich. Ich bin das Versuchskaninchen hier. Freiwillig warst du das Versuchskaninchen. Ja. Ähm... In der Tür war auch so ein Stein drin. Müssen wir das irgendwie verbinden oder sowas? Nee. Die bleiben stöhnen. Come on! Also. Weißt du das? Entschuldigung. Come on! Aber wir müssen... Ah, Moment. Dann muss der eine wahrscheinlich dem anderen den Weg freiräumen, damit... ein Ding da hingehen kann. Damit der Ding da hingehen kann. Keine Ahnung. Damit der Ding da hingehen kann. Damit der Ding da hingehen kann wirklich da. Oh. Jaja. Jetzt geht die Tür zu. Gut. Das auch. Ähm... So, warte mal. Wenn ich den jetzt bewege... Wo kann ich... Äh, bist du in Sicherheit? Hinter dir jetzt, ja. Nicht! Du gehst auf den... Vorsicht, der Strahl! Ist da jetzt irgendwas frei dadurch? Kannst du da... Du kannst jetzt hier vorbei. Ja, aber da... Da konnte ich aber vorher auch schon vorbei. Das war ja nicht das Problem. Warte. Ich mach mal wieder zurück. Ah! Nee, da konntest du nicht vorbei. Doch! Ich hätte doch hier hinten lang gekonnt. Achso. Ich hätte hier lang gekonnt. Ah, okay. Der macht's nicht. Aber dann kannst du doch jetzt obenrum zu dem letzten gehen, oder nicht? Obenrum zu dem letzten? Nee, zu dem... Der, wo kein Strahl drauf ist. Ja, bin ich jetzt. Nü. Dreh den mal, bitte. Ich kann hier nichts machen. Kannst du dich drehen? Ach, da muss das hin. Ja, aber wie? Dreh den mal. Warte. Nach links. Au! Das wär mir sicher. Du hättest dich... Nee, dann hättest du vielleicht deinen zuerst drehen müssen. Chris! Konnte man vorher... Oh, Mann. Und jetzt immer das Gleiche machen. Können wir das überspringen? Nein. Doch. Ja. Geht auch. Dass der Safe-Punkt nicht hinter dieser Tür ist. Ja, echt. Damit wir hier nochmal durchrennen müssen und nochmal uns die Tür angucken können. Wow. Wie... Wie Welttreff sind denn die Spieleentwickler? Ja. Also wirklich. Ja... Escape geht... Geht nicht bei mir. Bei mir ging's eben komischerweise. Also wir müssen den Strahl auf... Ja, ist gut jetzt. Oh, danke. Aber da kommen wir doch... Ich komm einfach mal auch mit hier hinten hin. Ja, ja, genau. Aber da kommen wir auch so hin. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt... Warte, ich geh mal hier oben hin. Hier oben bin ich sicher. Dann kannst du drehen, wie du willst, glaube ich. Ich dreh jetzt nochmal. Was hier untersuchen? Was kann ich hier untersuchen? Ja, das wird aber der Strahl... Das wird nicht geben mit dem hier. Stimmt. Doch. Geht doch. Hä? So siefel? Ja, das kann's doch nicht sein. Das ist so einfach. Warte mal, die Tür jetzt vielleicht noch? Ich versuch's mal eben. Bleib mal da, wo du bist. Ja. Nee. Dann brutzel ich ja auch. Hm. Ach, warte mal. Ja. Die wieder zurück. Und den anderen drehen vielleicht. Aber... Wohin denn drehen? Na, nach links. Aber jetzt ist es doch... Ja, dann ist das einige ja nicht mehr. Ach so, nee. Ich dachte, dass man die Tür auch treffen müsste. Nee, guck mal. Mach mal die Map an. Guck mal da, wo es blinkt. Wo es gelb blinkt. Warte. Map... Können wir da irgendwo durch? Können wir da irgendwo hin? Warte, bitte nirgendwo dran drehen gerade. Nach unten? Nach unten? Klar. Wir können hier nach unten fahren. Das ist ein Fahrstuhl. Alles klar. Okay, nach unten. Ist das echt zu einfach gewesen? Muss ich nach unten? Ja. Ach, in jedem Raum ist sowas. Na toll. Geht so wieder drehen, ich gehe in sicher. Hier muss aber mehr gedreht werden. Ja, dreh mal. Also hör mal auf, hier kommt der Ursprungsstrahl. Ist ja blöd, dass das tödlich ist. Muss das denn sein? Hä? Wieso ist... Warte mal, wo startet es? Es startet da hinten. Ach, umstoßen. Pass auf, Achtung. Okay. Okay. Ich stoße um? Ja. Alles klar. Okay. Und wir müssen den Spiegel treffen, das heißt... Oh shit. Ich muss einmal hier rum. Ja. Einmal hier rum. Einmal hier rum. Und dann... Sollte ich vielleicht erstmal die Säulen umstoßen, oder? Ach so, ja, mach mal. Geil. Ach, schön. Ich liebe es. So, und jetzt kann ich den... Ähm... Der dreht dahin. Der dreht... Ne, das geht ja auch nicht. Den müssen wir mal gedreht werden. Aber der würde auch nicht... Hm. Dreh den doch erstmal. Guck mal, wo... In welche Position du den überhaupt drehen kannst. Jetzt wahrscheinlich auf den hier in der Ecke, ne? Ne. Hä? Ich drehe mal anders rum, sonst werde ich nämlich gleich vom Strahl getroffen. Ah, okay. Sehr gut. Der kann auf den und jetzt muss der andere gedreht werden. Genau. Genau. Und dann müsste es ja eigentlich schon sein, oder? Ja. Jawoll. Sehr gut. Jetzt können wir wieder nach unten. Ja. Sehr schön. Mal gucken, wie viel Level wir noch nach unten müssen. So. Oh. Come on. Come on. Come on. Come on, Alter. Come on. Come on. Let's do it together. So. Du kannst das... Wo ist sicher mein Safe-Spot hier? Ja, du wieder. Du krümmelst dich. Du musst doch die freisprengen, Christy. Stimmt. Ne. Die ist leer. Das war eine Falle. Das war eine Falle. Oh. Nein. Scheiße. Oh mein Gott, das sind so viele. Oh. Kacke. Kisten muss man aufmachen. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh Gott. Es sind so viele. Es sind so viele. Ich? Warum hast du das gemacht? Ich dachte, da wäre Loot. Kacke. Kisten muss man aufmachen. Ah. 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 Oh Gott. Ich bin leer. Nur fünf Schrot. Mehr habe ich nicht. Ah. Ich habe den Schrot. Kann ich aushalten. Mann, wenn man den in den Sack reinschießt, dann muss man doch eigentlich tot sein, oder? Ja. Und jetzt Männchen springen. Ah. Noch mehr Spinnen. Ich bin leer. Ich bin komplett leer. Ich habe gar nichts mehr. Doch, ich habe noch ein bisschen Schrot. Eine Falle. Kein schöner Tod. Hier ist noch Gewehr, Muni. Ja. Aber du hast auch kein Gewehr. Doch, du hast ein Sniper dabei, ne? Ich habe ein Gewehr dabei, ne? Oh. 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 Okay. Hier drin ist mein Safe-Spot. Du drehst die Dinge. Ich will da hinten eben nochmal in den Raum reingucken. Achso. Ja. Kann sein, dass ich vielleicht was trigger, aber ich will jetzt mal reingucken. Ja. Ach, hier ist noch ein Spiegel. Ah. Okay. Das wird wahrscheinlich dann auch der Fahrstuhl sein. Okay. Der Fahrstuhl ist hier. Hier ist der Fahrstuhl, Schatzi. Sicher? Ja. Nee, das ist nur der Ausgang. Das ist der Start. Ja, der Start, genau. Der Ausgangspunkt, so. Ich gehe schon mal zum Hauptzug. Okay. Da hin. Das heißt, den könnten wir einmal drehen. Du machst das, ne? Haha. So, das wäre dann der Spiegel. Oh toll, jetzt darf ich da einmal drum herumlaufen. Das ist auch schön. Ach, ja. Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Wenn diese Folge rauskommt, dann... Hast du auch blöd in den Job. Ja, genau. Oder... Ach, Quatsch. Weil die sagen, sie sind zu fett, Herr Rett. Blödsinn! Mann, hör auf, so Quatsch zu erzählen. Sie sind ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Ach, jetzt... Oh Mann, muss ich da jetzt mal einmal drum herumrehen? Also zu zweit wäre es einfacher, muss ich jetzt mal eben sagen. Nein, 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 nein. Gar kein Freil. Du bist doch eine selbstständige, emanzipierte Frau. Ja, vor allem bin ich sportlich. Das auch. Du brauchst keinen Mann, der den Gentleman für die spielt. Siehst du? Oh, ein gold... Oh! Ein goldener Götze! Und ein goldener Käfer! Und... Ganz viel! Ich bin hier beim Käfer... Aber nicht der Aufzug! Eins nach dem anderen. Lass uns erstmal eben in einen Raum gehen, hier beim Käfer. Ein goldener Käfer. Und noch mehr Fallen. War es das hier, oder ist hier noch mehr? Und den Götzen hast du auch, ja? Ja. Boah, hier gibt es ganz viele Truhen. Au! Was? Nee, da ist eine Waffe drin. Nein, ich meine hier nicht Truhen, sondern... Na? Na. Ach. Wow! Ja, irgendwas schießt hier die ganze Zeit. Schlangen. Nee, das sind Schlangen. Ach so. Schade, dass es nur Geld gibt. Tja. Die Schlangen sind da. So, das Problem ist aber, wo war denn jetzt der Raum mit dem Aufzug? Hier, hier. Da hinten. Das heißt, wir müssen das Licht da praktisch reinkriegen. Ja. Ach, der in der Mitte muss gedreht werden. Oh, irgendwann mal wieder einmal ganz rumrennen. Lola rennt. Ich meine, bis sie rennt. Lola rennt. So. Sehr gut. Yay. Jetzt komme ich da glaube ich nicht mehr raus, oder? Das wäre schlecht. Ich warte auf dich. Äh... Ja, schön. Ich bin, äh... Ich komme hier nicht mehr raus. Was? Ich komme hier auch nicht mehr raus. Echt nicht? Nee, wie denn? Ich weiß es nicht. Sag... Ich bin eingesperrt von... Kannst du denn... Äh... Na? 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 Ich könnte einen drehen und dich damit rauslassen. Ja, das Problem ist aber... Dann funktioniert der doch nicht mehr, oder? Ja, das dreh ich ja dann wieder zurück, wenn du draußen bist. Ja, dann versuch's mal eben. Soll ich den hier? Ja, versuch mal. Ja. Okay. So, lass mich eben einmal raus. Ja. So, jetzt zurück. Danke. Sehr schön. Ich hab sowas nur zu... Ja, es geht auch nur zu zweit. Wie läuft das denn wo, wenn man das alleine spielt mit einem künstlichen... Mit einer künstlichen KI. Schaffen die das von alleine? Ja, das ist die Frage. Wahrscheinlich, ne? Dann müssen die nicht rätseln. So, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Okay. Wir sind nämlich wieder fast bei einer halben Stunde. Oh, oh, oh. Ja. Wir danken euch fürs Zusehen und ihr wart live ohne Ton bei meinem Vorstellungsgespräch am Telefon dabei. Aber hast du souverän gelöst? Nebenbei noch ein bisschen geschossen hier. Ja, sie hat auch gefragt, störe ich sie gerade? Oh nein! Was hast du gesagt? Ich hab dir gedacht, nein, natürlich nicht. Doch, ich nehm grad Let's Play auf. Ja, ich spiel grad Monsterschlechter. Ja, da stehen die voll drauf im Kindergarten. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 5. Macht's gut! Tschüss Jan! Alles Liebe! Tschüss! 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 Tschüss!